Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag Lass mich einfach von dir schnoppen, denk am besten gar nicht nach Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag Es kommt aus, du weißt, es gibt mehr, was du sagst Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag Das ist der perfekte Tag Das ist die perfekte Tag Wie heißt du denn? Ja, ich bin Leonie Und wie alt bist du Leonie? Ich bin 10 Wow Und wo kommst du her? Aus der Nähe von Fulda Ich glaube, das Publikum fand, dass wir eine sehr, sehr schlechte Entscheidung getroffen haben Leonie, guck mal Hier hochzukommen auf diese Bühne Auf die so viele Kinder wollen Da musst du schon richtig was können Und du musst dabei bleiben, weil du hast Power, du hast Mut Und du hast eine Stimme Und an der Technik und so weiter hast du noch ganz viel Zeit zu üben Deswegen bitte bleib dabei und mach weiter Dann sei nicht traurig, dass es heute nicht geklappt Danke Leonie, wollen wir noch ein Foto zusammen machen? Ja? Ja Leonie, ich habe noch ein kleines Geschenk für dich Das kannst du mit dem, da haben wir alle drauf unterschrieben Ein kleines Andenken an die Reise hier Und sei ganz, ganz stolz auf dich Wirklich, erst hier auf die Bühne zu schaffen, ist schon eine unfassbare Leistung Bitteschön Und alle einmal Voice Kids